Mama. Da ist so ein schönes Feierchen im Himmel. Ritt ja schon da hinten. Ritt ja schon da hinten. Oh, da ist ja auch ein Feuer am Himmel. Da ist ja auch ein Feuer am Himmel. Oder das Himmelsfeuer genannt oder was. Wie war es so? Wie ist das? Ich habe so, dass es ein Feuer am Himmel ist. Jetzt sind wir die Müge Jungen. Wie war es? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Es gibt Feuer im Himmel, ne? Aber wo kommt der Wind her? Kommt das nicht so ein Unwetter? Wo ist das ein Unwetterfrontein? Alexander sagt nein. Habt ihr geschrieben? Nein. Wo kommt der Wind her? Wo kommt der Wind her? In der Wind her? Ja! Kommt, nachdem wir den Wind her? Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020